Der Name Scholze ist seit über 170 Jahren mit dem Goldschmiede- und Uhrmacherhandwerk in Bautzen verbunden. Seither gibt es kontinuierlich Schmuck- und Uhrengeschäfte in der Bautzener Altstadt und später auch in anderen Städten der Lausitz. Stilvolle Schmuckstücke für jeden Geschmack finden sich im Ladengeschäft von Ivo Scholze auf der Reichenstraße Nummer 8. Und helle, moderne Räume laden ein, sich umzusehen. Nur das laute Klacken von mechanischen Uhren ist über die Jahrhunderte leiser geworden. Kaum hörbar noch, aber doch in traditioneller Handwerkskunst gefertigt, funktionieren die Zeitmesser auch heute. Ein Schiff wird bei Ebbe gebaut, habe er einmal gelesen, während die Corona-Zeit ihn plagte. Denn wie die Generationen vor ihm, hat auch Ivo Scholze nun bereits in fünfter Generation Herausforderungen zu bestehen. Doch wenn seine Vorfahren Kriege und Wirtschaftskrisen überstehen konnten, warum solle er nicht die anderen Krisen unserer Zeit über dauern? Bereits als Junge bekam er von seinem Opa das Handwerk des Uhrmachers gezeigt. Ich hatte mich damals für alles Mögliche interessieren können und mein Großvater, der hat gesagt, ach, wenn du weißt, was du machen willst, dann bist du O-Macher. Und er sagte, ja, O-Macher ist das nicht schlechtes? Warum, ne? Eigentlich eine gute Idee. Und so ist das eigentlich gekommen. Die Räumlichkeiten waren über die Generationen in Bautzen nicht immer gleich und wurden immer auch den Anforderungen der Zeit angepasst. So setzt auch Ivo Scholze in der Reichenstraße 8 nun einen neuen Fokus. Hell und freundlich und in moderner Einrichtung werden seit Ende letzten Jahres die Produkte in seinem Geschäft präsentiert. Denn er hat die Räumlichkeiten für den Verkauf erweitert. Ohren und Schmuck gab es bei uns schon immer. Und wir haben jetzt mit dem Umbau im Dezember hier noch weitere Räumlichkeiten hinzubekommen. Und ja, wollten einfach die moderne Neuzeit in die alten Gewölbe integrieren, haben hier ein klassisches und trotzdem sachliches Design uns ausgelegt, auch was von den Farben her angeht, und können nun noch mehr Uhren und noch mehr Schmuck präsentieren, wie sie sehen können. Männer und Frauen können sich in seinem Geschäft zu exklusivem Schmuck beraten lassen. Gold, Silber, Platin und Edelsteine nur in bester Qualität. Natürlich können wir auch die Wünsche, alles was mit dem Schmuck befasst, ihn erfüllen. Wir haben externen Goldschmiedler für unsere Auftragsarbeit erledigt. Sei es eine Anfertigung, sei es eine Kette reparieren, sei es einen Stein einsetzen, sei es was komplett Neues, Kreatives nach Ihren Wünschen, ist alles gar kein Problem. Auch Paare, die sich einen Ehering auswählen wollen, sind im Bau zu einer Traditionsunternehmen herzlich willkommen und haben hier die Möglichkeit, ihre individuellen Design- und Materialwünsche mitzugestalten. Als gelernter Uhrmacher und Meister seines Faches schlägt das Herz von Ivo Scholze besonders für die mechanischen Uhren. Liebhaber können ein kleines Vermögen ausgeben, um eine Standuhr zu erstehen, die sowohl Temperatur- als auch Luftfeuchtigkeitsunterschiede ausgleichen kann und ebenso präzise funktioniert wie eine Funkuhr. Ein mechanisches Wunderwerk für einige wenige Kenner. In Glashütte erlernte er, auch auf Wunsch des Großvaters, das Handwerk und führt so die Familientradition fort. Also der Ursprung der Familie ist 1892. Das war mein Ur-Ur-Großvater gewesen, der Friedebert Scholze. Und der hat im Prinzip angefangen mit einer kleinen Reparaturwerkstatt. Das würde ich sagen, das waren so die Anfänge gewesen. Und ja, darauf dann die Generationen, auch Geschwister zum Beispiel von ihm, waren in der Uhrmacherzeitung gewesen und waren Journalisten zum Beispiel gewesen. Manche hatten auch tatsächlich den Goldspiel zwischendurch gelernt gehabt, aber es gab immer einen Uhrmachermeister in jeder Generation. Zweite Generation war dann der Ernst Scholze gewesen. Der ist dann hier 1964 mit auf die Reichenstraße gezogen. Und ja, dann mein Opa, der Rainer Scholze, der auch sehr aktiv im Stadtverein tätig war, dann nach seiner Amtszeit als O-Macher sozusagen, der sich auch ehrenamtlich angefangen hat, um die Rathausuhr in Bautzen zu kümmern. Ja, dann mein Onkel, der Rolf Alexander Scholze und ja, nun ich, ja. In der Filiale an der Reichenstraße ist reges Begängnis. Kunden kommen mit Wünschen nach neuen Uhren oder zu ändernden Familienschmuckstücken. Darum ist das Unternehmen auch aktuell auf der Suche nach Unterstützung im Verkauf. Tief verwurzelt zu sein in einer geschichtsträchtigen Stadt wie Bautzen ist ein großes Gut, das auch Ivo Scholze weiterführt. Wie sein Opa stellt er beispielsweise die Uhr am Rathausturm zur Zeitumstellung um und sorgt dafür, dass alle Bautzener die richtige Zeit haben, wofür auch immer sie sie nutzen.